Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play as the Creed mit mir, The Gentleman. Wir sind weiterhin dabei, ein klein wenig für Recht und Ordnung zu suchen. Wobei, vielleicht auch zwei Missionen. Ich habe alles, was Sie täglich brauchen! Sprechen Sie mich einfach! Dann gib mir alles, was ich täglich brauche. Heute Abend gibt es ein Festmahl! Vielen Dank! Oh! 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 Oh, oh, oh! Duh, 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 duh. Oh, 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 oh. Das Schlimme ist, dass man hier wirklich mit Terror sehr, sehr akut arbeiten kann und muss. Das Schlimm ist. 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 Das Schlimm ist.